Musik Moin Leute, in diesem Video zeige ich dir wie du ohne alles schnell und einfach 20 Millionen GTA Dollar kostenlos bekommen kannst und dazu zeige ich dir noch einen Solo Money Trick mit dem du jetzt viel Geld machen kannst. Also bleib dran und lass mir sehr gerne einen Like da, wäre mega mega nice, wenn wir auf diesem Video wieder die 150 Likes packen würden, also alle mal auf den Like Button hauen. Jetzt werden natürlich wieder die ersten drei Leute gegrüßt, die mein letztes Video kommentiert haben und das war einmal der Jonas, ich hab Messi gezogen und der GameBro07. Wenn du auch mal in einer meiner nächsten Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann abonniere jetzt diesen Kanal, aktiviere die Glocke und sei einer der ersten drei Leuten, die mein Video kommentieren. Was du dabei schreibst ist völlig egal, du kannst eine Einschreiben, Glocke aktiv, du kannst Kuss schreiben, gutes Video, was auch immer du möchtest, du musst nur einer der ersten drei Leuten sein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in das Video, euch viel Spaß und let's go! Ich habe noch eine wichtige Meldung für euch von meinem Partner JG Gaming. Bei JG Gaming gibt es nämlich derzeit die Osterrabatte, die gehen vom 1.04. bis zum 15.04.2021 und du kannst bei JG Gaming jetzt sehr viel Geld sparen. Wenn du dir jetzt nämlich einen Unlock All oder Money Boost für die Playstation oder den PC kaufen möchtest, kannst du erstmal bis zu 25% sparen. Wenn du im Warenkorb dann auch noch den Rabattcode Piero nutzt, bekommst du zusätzlich darauf noch 10% Rabatt, das heißt, du bist bei bis zu 35% Rabatt auf die Bestellung. Und ich denke, der Rabattcode ist ziemlich schnell und einfach einzugeben. Gib den ein und dann 10% zusätzlich. Das heißt, wenn du jetzt noch einen GTA-Account kaufen möchtest, tu das auf jeden Fall bis zum 15.04., denn dort gibt es die Osterrabatte, mit denen du sehr viel Geld sparen kannst. Link zu JG Gaming ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, das heißt, nach dem Video solltest du JG Gaming auf jeden Fall abchecken. So, starten wir direkt rein in die Sache, für die sich wahrscheinlich viele von euch interessieren werden. Und zwar, wie du jetzt ohne alles schnell und einfach und vor allem kostenlos 20 Millionen Dollar bekommen kannst. Das ist wirklich sehr einfach und das läuft wie folgt ab. Und zwar werde ich heute ab 19.30 Uhr streamen auf YouTube und dort werden im Stream 20 Millionen GTA-Dollar verlost. Das durch meinen Ehrensponsor JG Gaming. Also jetzt alle mal ein Hashtag EhrenJG Gaming unten in die Kommentare, denn JG Gaming wird mir für heute wieder 20 Millionen GTA-Dollar sponsern, die wir dann live im Stream verlosen werden. Und wie das alles abläuft, das werde ich euch dann nochmal separat im Stream erklären. Und das ist eben auch ein kleines Dankeschön von uns an euch für den ganzen Support und dass ihr in der letzten Zeit wieder richtig abgeht. Also macht mir hier auf jeden Fall die 150 Likes voll, damit wir auch sehen, dass ihr wirklich abgeht. Wie gesagt, so kannst du jetzt ganz einfach und schnell 20 Millionen GTA-Dollar bekommen. Einfach heute ab 19.30 Uhr in den Stream kommen, dabei sein und mit ein wenig Glück der Gewinner sein. So, dann kommen wir auch zum Money-Trick vom heutigen Video. Dafür geht ihr erstmal zur gleichen Location, wie ihr das gerade im Hintergrund sehen könnt. Und dann müsst ihr euren Spawnort noch auf den letzten Ort stellen. Und ja Leute, das ist ein älteres Gameplay, aber es funktioniert trotzdem noch. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Ihr geht jetzt aber erstmal in den Shop rein und bedroht den Kassierer. Jetzt schießt er ein bisschen rum, damit er die Kasse eben schneller ausräumt. Und wenn der Balken unten rechts fast voll ist, müsst ihr auf der Playstation Kreis drücken und die rechte Pfeiltaste. Dann boxt ihn um und werdet die Kasse zweimal ausrauben. Denn vor oder hinter der Kasse wird gleich der Geldbeutel liegen, wo auch nochmal Geld drin ist. Und jetzt werdet ihr sehen, dass wir hierfür auch nochmal Geld bekommen. Dann geht ihr einmal, weil ihr ja drei Sterne habt, in diesen Hinterraum oder bleibt da einfach stehen, so wie ich das gemacht habe. Geht auf Online und geht dann über den Editor wieder in eine neue GTA-Online-Sitzung. Das ist wie gesagt ein älteres Gameplay, weil es immer noch funktioniert und ob ich euch jetzt das neu aufnehme oder euch das zeige, es funktioniert, probiert es aus. Und nicht vergessen, wartet bis diese Ladeschnecke unten rechts fast voll ist und dann boxt ihr ihn um. Ich weiß nicht, welche Taste das auf der Xbox ist. Auf der Playstation ist das Kreis und die rechte Pfeiltaste. Dann werdet ihr ihn umboxen, der Sack fällt entweder vor oder hinter die Kasse und dann raubt ihr nochmal die Kasse separat aus und macht damit mehr Geld. Ist für Anfänger oder für Spieler, die eben vielleicht die ersten 100.000 Dollar machen wollen, ein sehr guter Trick, den ihr Solo machen könnt. Weil viele Sachen sind ja nicht Solo und das ist Solo. Manchmal kann es sein, dass ihr einen Fail habt, das ist mir auch passiert, auch im Gameplay. Manchmal passiert es, aber dann schreibt mir nicht Fake in die Kommentare, weil es ist nicht Fake. Also wenn ihr es mal nicht hinbekommt, dann probiert es einfach das nächste Mal wieder und dann hört auf, mir Fake in die Kommentare zu schreiben, weil es geht halt. Und ja, ihr macht damit jetzt nicht innerhalb von 2 Stunden 3 Millionen, das ist mir klar. Aber es ist eben ein Money-Trick, mit dem ihr Geld machen könnt und das gar nicht mal so wenig. Ich hatte extra das Geld auf Null gesetzt und jetzt seht ihr, haben wir schon 10.000 Dollar. Und das in relativ kurzer Zeit, in 2-3 Minuten, ist auf jeden Fall nicht schlecht, gerade für den Anfang. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch auch der Money-Trick gefallen hat, den ihr Solo machen könnt. Schreibt rein, wie viel Geld ihr in GTA Online habt und ganz wichtig, seid heute um 19.30 Uhr dabei im Stream. Denn dort werden 20 Millionen GTA-Dollar verlost, das durch den Ehrensponsor JG Gaming. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut jetzt nochmal auf den Like-Button, ich habe gehört, wenn die den richtig verprügelt, wird der sogar lila. Also probiert es aus und in diesem Sinne, haut rein und ciao Leute.